Nächstes begrüße ich jetzt Frau Schmarr. Ja, schönen Tag Frau Schmarr. Guten Tag. Sie haben uns ja was Schönes mitgebracht. Ich hoffe, unsere Assistenten zeigen mir die jetzt mal. Ein Pärchen. Wir sehen ja hier im Hintergrund schon eine Vase. Eine wird uns jetzt hier gezeigt. So, ich hoffe nicht ins Gesicht stellen. So ein bisschen hinten. Mhm. Das sind diese Vase. Ja, wo haben Sie die denn her? Erzählen Sie mal Ihre Geschichte. Ja, also seit circa zwei Jahren bin ich im Besitz dieser beiden. Das ist ja noch nicht lange. Wie ich finde, sehr schön. Also einen dekorativen Kaminvasen. Ja. Und ich habe sie von einer guten Bekannten. Und ich weiß, dass sie vor circa 20 Jahren in einem kleinen Antiquitätengeschäft in Nordengland diese gekauft hat. Genau. Das habe ich auch so herausgefunden alles. Da will ich mal was zu erzählen. Es ist ja Steingut, diese Vase. Kleine Krakelen sieht man. Man sieht ja schon, dass sie älter sind. Erst habe ich ja gedacht, das ist irgendwie so ein Kunstgewerbeteil, wie ich die zuerst gesehen habe. Und es ist ja auch schon ein bisschen abgerieben. Gold abgerieben. Was hier eigenartig ist, diese Amphorenform mit den beiden Henkeln. Der Deckel ist fest. Mhm. Ganz witzig. Habe ich so an sich noch nie gesehen. Meistens waren die Deckellose und man musste aufpassen. Aber dadurch sind ja nun alle, beide Vasen noch mit Deckel vorhanden. Hier oben dieser Deckelknauf. Das ist der sogenannte Pinienzapfen. Die Form eines Pinienzapfen. Auch sehr schön. Aber was hier besonders interessant sind ja auch diese Medaillons hier vorne. Unterschiedlich im Motiv, wie der da hinten. Hat ein anderes Motiv hier. Ich habe schon gesucht, ob da irgendwas signiert ist mitunter. Es könnte sogar sein, dass da was steht. Ich muss das mal eben so lassen. Angelika Kaufmann hat diese Motive entworfen. Die Angelika Kaufmann war ja eine bekannte Malerin. Die schon im... Wann ist die geboren? Ich habe mir das hier mal rausgesucht. 1741 in der Schweiz geboren und am 5.11. 1807 in Rom gestorben. So alt sind die Vasen natürlich nicht. Und sie galt in ihrer Zeit, diese Malerin, als kultivierteste Frau der Welt, hat man gesagt. Also eine ganz bekannte Malerin. Und dass sie jetzt aus England kommen. Wir haben ja, ich habe die ja schon mal vorher gesehen. Und da habe ich gesagt, sie könnten ja auch aus Österreich kommen. Sie können aber auch aus Frankreich kommen. Aber jetzt bin ich auch überzeugt, dass sie aus England kommen. Und das liegt daran, dass diese Angelika Kaufmann sich ab 1766 insgesamt 15 Jahre in England aufhielt. Und dort auch sich einen Namen machte. Also klar. Und in Erinnerung an diese gute Malerin hat man dann diese Motive auf dem Vasen mit heraufgebracht. Das ist natürlich nicht handgemalt, sondern es ist so eine Art wie Abziehbilder. Und ich finde die Vasen ganz ausgezeichnete. Dekorationsvasen. Wer keinen Kamin hat, kann die ja woanders hinstellen. Aber in England ist es gedacht worden, auf den Kaminen zu stellen. Auf den Kaminsims. Und da standen die ganz gut. Sie konnten ja Hitze ab. Das ist schon eine ganz, ganz gute Sache. Vor allen Dingen sind sie alle doch gut erhalten. Nicht bestoßen, beschädigt, kein Riss weiter. Ist wirklich gut. Ich zeige die mal von unten. Eine Marke haben wir nicht gefunden. Hier sieht man, das könnte nur eine Malerkennzeichen sein. Malermarke sagt man dazu. Die schwarze hier. Aber sonst haben wir da nichts finden können. Aber es tut auch nicht nötig. Wir wissen, Sie stammen aus der Zeit so um 1920 und aus England. Ich hoffe, das hilft. Jetzt sage ich Ihnen noch, was Sie wert sind. Da dürfen Sie aber nicht enttäuscht sein. Nein, bin ich nicht. Wenn es nur eine Vase wäre, wäre sie vielleicht ein Wert von 150 Euro. Aber da es nun ein Pärchen ist, werten wir die auf 400 Euro als Pärchen. Ich hoffe, das reicht. Haben Sie mehr bezahlt oder weniger bezahlt? Weniger. Glaube ich. Gute Geschäfte muss man wahrnehmen. Da habe ich Glück gehabt. Ich freue mich, dass ich Sie habe. Ich möchte Sie auch nicht verkaufen. Das ist schön. Ich bedanke mich, dass Sie bei diesem Schneegestöber hier noch angekommen sind. Sie kommen ja aus der Nähe von Otterndorf. Dann war das schon eine schreckliche Fahrt. Aber die Vase sind high geblieben und das Auto wohl auch. Ja. Gut, dann bedanke ich mich recht herzlich, dass Sie da waren. Ja, ich bedanke mich auch. Und bis zum nächsten Mal. Okay. Vielen Dank.